Am Montagabend gab es ja den Startschuss für das Megaprojekt der U2 und der U5. Vor allem betroffen ist die Strecke Universitätsstraße und auch Rathaus. Welche Straßen sind denn noch gesperrt und welche Ausweichmöglichkeiten hat man denn? Ja, es ist hier wirklich eine Großbaustelle und eine Hauptverkehrsader vom 1. 9. Bezirk in Richtung 6. Bezirk ist mehr oder weniger unterbrochen. Die Landesgerichtsstraße ist nur einspurig in Fahrt Richtung linker Windseile und hier wird es natürlich zu massiven Stauungen, vor allem auch im Bereich Währingerstraße, Hörlgasse, Universitätsstraße kommen, weil man auch nicht zur Alsherstraße zweispurig weiterfahren kann. Sie haben es gerade angesprochen, die Staus. Wo denken Sie, dass die größte Staumöglichkeit besteht? Eigentlich aus beiden Richtungen, sowohl wenn man von der linken Windseile Richtung Rathaus fährt, als auch in der Gegenrichtung vom Bereich Schwarz-Spanierstraße, Hörlgasse in Richtung ehemaliger Zweierlinie. Die Verkehrsumleitungen, die sollen ja ganze vier Jahre andauern. Was würden Sie den Autofahrerinnen und Autofahrern raten? Wenn man die Bezirke 6 bis 9 erreichen möchte, ist es fast besser. Man fährt über den Gürtel und dockt von der oberen Seite, also von der Gürtelseite in Richtung dieser Bezirke, wenn man dort etwas zu tun hat, an. Als Durchzugsstraße fällt die Landesgerichtsstraße weg. Das heißt, man muss wirklich sehr großräumig ausweichen. Auch die Polizei ist hier im Einsatz. Warum und wie lange wird die Polizei diese Bauarbeiten begleiten? Also in der ersten Phase geht es darum, eine geordnete Umleitung einzurichten. Wir überprüfen auch, ob die Bodenmarkierungen, die Verkehrszeichen in Ordnung sind. Dann in der zweiten Phase natürlich auch die Ampelanlagen, damit die Grünzeiten angepasst werden. Und die werden auch präsent sein und im Umfeld Plateauverstellungen durch Autofahrer möglichst zu verhindern, um hier doch eine gewisse Beschleunigung zu erreichen. Nichtsdestotrotz muss man mit langen Wartezeiten rechnen.